Das war ein altes Stück, äh, aus der 74-75 von Break the Rules, featuring Ihrem heute Rätselander Harp und am Hong-It-Hop Piano. Das war ein altes Stück, äh, aus der 74-75 von Break the Rules, äh, aus der 74-75 von Break the Rules. Das war ein altes Stück, äh, aus der 74-75 von Break the Rules. Das war ein altes Stück, äh, aus der 74-75 von Break the Rules. Das war ein altes Stück, äh, aus der 74-75 von Break the Rules. Das war ein altes Stück, äh, aus der 74-75 von Break the Rules. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020